Hallo Welt, da sind wir wieder und wir sind hier an der Siedlung der Slog. Wir werden aber für den Slog, also für die Siedlung der Slog, werden wir die Grünen heute erstmal liegen lassen an der Seite, ignorieren, denn eine unserer Siedlungen, die Kinderkrippe Greentop, braucht unsere Hilfe bei der Verteidigung. Und darum werden wir uns jetzt erst kümmern. Das liegt genau hinter uns und ist gar nicht so weit weg. Also werden wir schnell da sein. Wir schauen uns hier der Slog später nochmal genauer an. Es ist ja dunkel und in der Dunkelheit sieht man nicht so viel. Schöner ist es bei Tageslicht, dann mal hier alles genau unter die Lupe zu nehmen. Also geht es jetzt erstmal zur Kinderkrippe und wir lassen uns da gar nicht groß aufhalten. An der Stelle möchte ich mich bedanken nochmal bei Space Surfer. Super. Vielen Dank für die rege Beteiligung in der Community. Super für die vielen, vielen Tipps. Und ja, das Injektorgewehr, das war schon, ja, das war schon lange fällig, dass wir das mal ausprobieren. Stimmt, stimmt. Haben wir ausprobiert und dann gleich gegen eine Alpha-Todesklaue. Das war schon, ich war sehr überrascht. Hat man ja auch gemerkt, glaube ich, im Video. Jedenfalls werden wir das öfter einsetzen gegen so große Feinde, Gegner. Das ist sehr nützlich dann. Ja, vor allem kommt es, glaube ich, auch auf die Munition an. Wir hatten da auch Glück. Ich kenne das Injektorgewehr noch da aus der Zeit New Vegas, meine ich, oder sogar Fallout 3. Ey, so etwas Ähnliches gab es da. Man konnte aus dem Spielzeugauto irgendwie was basteln. Und wenn man dann die Todeskralle damit angeschossen hat, auf die Beine geschossen hat, dann wurde die auch langsamer. Aber dass die gleich ins Koma fällt, habe ich auch noch nicht gesehen. Das war sehr witzig. Ja, dann kam noch der Tipp mit den Minutemen und der Kleidung. Oh, Minutemen-Kleidung. Ja, werden wir demnächst daran denken, dass wenn wir Minutemen zur Hilfe holen, oder wenn wir sie irgendwo sehen, dass wir dann sofort die Kampfrüstung hätten wir anziehen können von den Gunnern. Und wir werden uns daran halten demnächst, damit die Minutemen auch alle bekleidet sind und nicht so schnell sterben. Dann gab es noch die Idee mit dem Aggressotron. Das müssen wir unbedingt mal ausprobieren demnächst. Ich bin nicht unbedingt jetzt erpicht darauf, einem Aggressotron zu begegnen nochmal. Aber der Tipp ist gewesen, auf die Beine zu schießen. Und vor allem, ja, mehr Schutz. Na klar, ich renne immer rum wie ein aufgescheuchtes Huhn, wollte ich sagen. Und ja, mehr Schutz ist natürlich dann sinnvoll schon bei seinem Aggressotron. Mehr Deckung. Was liegt hier leuchtendes rum? Ein leuchtender! Mit Zahnbürste! Bist du sicher, dass es sich lohnt, das mitzunehmen? Aber Preston, wir nehmen doch immer alles mit. Weißt du das denn nicht mehr? Mehr Deckung auf jeden Fall vor dem Aggressotron. Kann nicht schaden, auf jeden Fall. Dann zum Star-Kittison. Ja, ich hab mir das mal angeguckt. Sehr interessant sieht das aus. Ich habe, als ich mich selber noch ein bisschen mit Mods mal befasst habe und mich vorbereitet habe, selber mal zu modden, da hatte ich die Idee, mal sowas zu machen. Ich meine, Wing Commander ist ja jetzt sehr bekannt, aber ein Mod für GTA oder für, ja, jetzt für Fallout wäre ja auch interessant gewesen. Ein Mod, mit dem man auf andere Planeten fliegen kann und die immer weiter erweiterbar sind. Und was mir gleich aufgefallen ist dabei, positiv, dass so viele Stars irgendwie mitmachen dort, also wirklich bekannte Leute wie die Frau aus Akte X oder Mark Hamill auch aus Star Wars. Ja, das hört sich auf jeden Fall interessant an und wir können da gerne mal, du kannst mich hier nochmal anschreiben, vielleicht über die E-Mail dann. Ich weiß nicht, ob das unbedingt zu Fallout passt. Ich bin da auf jeden Fall interessiert. Mal gucken. Das soll ja in diesem Jahr, Ende des Jahres oder so rauskommen. Ich weiß nicht, wie viele Blasen ich habe. Und jetzt geht's los hier. Es sind einfach Kuhle. Es sind Kuhle. Es sind Kuhle. Wir sind schon mit einem Gefecht und wir versuchen hier einen guten Punkt zu finden. Wir haben es hier hochgeschafft. Die Kuhle kommt nicht hier hoch. Wir brauchen eine andere Waffe auf jeden Fall. Wow, das war jetzt überraschend. Oh, was haben wir denn da Schönes? Kampfgewehre, ja. Das Kampfgewehr fällt mir auch gerade ein, Space Surfer. Danke nochmal. Ja, das Kampfgewehr. Ich muss es irgendwann mal eingesammelt haben. Wahrscheinlich als wir den Trick ausprobiert haben, hier mit der Werkbank da die Waffen einzulagern. Wahrscheinlich habe ich da dann das zweite Kampfgewehr rausgeholt aus den Kisten und da es dann hier in dieser Liste war, habe ich es dann immer übersehen. Aber gut, dass es aufgefallen ist. Und was nehmen wir denn hier jetzt für eine Waffe gegen diese Vermaledeiten-Kuhle, die auf Glück, gut Glück knarre. Versuchen wir mal. Mal sehen. Fertig aber auch gut. Wo hat Thrusten denn seinen Anzug gelassen? Was ist passiert? Preston, Garvey, nach was? Ich habe nichts gemacht. Er soll doch nirgends... Er soll nirgends hin, nein. Wow. Na, was hat mich denn jetzt getroffen? Preston, Garvey ist rot. Er hasst mich jetzt. Hier ist was schiefgelaufen. Preston darf mich nicht hassen. Die Siedler, ich habe wieder irgendeinen Siedler getroffen. Er ist verschwunden. Preston, lass das! Ich habe die Waffe weggesteckt. Ich will Frieden! Ja, okay, wir haben abgeschlossen, aber das funktioniert ja so nicht. Denn jetzt sind alle gegen uns. Vielleicht hauen wir erst mal ab. Preston auch? Preston war der Erste, der rot war. Die regen sich schon wieder ab, oder? Ja, wir haben aus Versehen irgendeinen Siedler getroffen. Das darf man einfach nicht machen. Die nehmen einen das richtig übel. Die guten Siedler. Ja, aber die Mission stand ja da, war abgeschlossen. Okay, ob sich die Leute jetzt wieder eingekriegt haben? Na, erinnert ihr euch noch an mich? Oh, Vorsicht ist noch geboten. Tja, ja, da war ich gerade ganz raus. Ja, äh, genau. Star Citizen. Äh, ja, äh, mal sehen. Wenn das rauskommt, bin ich auf jeden Fall sehr, sehr neugierig. So, und jetzt? Immer noch Gefahr. Naja, naja, das wird jetzt die Blähfliege hinter uns gewesen sein. Okay, die Siedler sind wieder friedlich. Ja, das ist nur eine Blähfliege, die mir gefolgt ist. Wo ist Preston? Ja, er hat einfach seine Rüstung hier stehen lassen. Es ist vorbei. Vorerst. Hey! Ich hab doch nichts gemacht. Ich steh doch hier nur. Sag mal was. Okay, das war nicht das, was ich hören wollte. Karawanenwache. Vielleicht haben wir die Karawanenwache getötet, aus Versehen. Zu wenig Betten hier. Ach, jetzt ist das auch gut. Lass das. Guck, die anderen sind auch alle friedlich. Was ist hier los? Danke, dass du mir geholfen hast, sie abzuwehren. Okay, ich helfe gern. Und... Ja, ich helfe gern. Freut mich, dass ich helfen konnte. Dein Timing war perfekt. Wer weiß, was uns ohne dich hier zugestoßen wäre. Naja, wir wissen, die Hilfe zu schätzen. Gut, gut. Könntest du mal mit der... Es gibt nicht mehr viele Ärzte. Du solltest dich nicht mal untersuchen lassen. Und, und könntest du dann auch mal demnächst mit der Bekleidungsverkäuferin sprechen? Erzähl mir, was für Symptome du hast. Die mag mich nicht mehr. Ja, Gesundheit wiederherstellen für 35 Kronkurken. Ihr seid aber teuer hier. Ich bin ziemlich mitgenommen. Oh, wow, das ist eine Menge Blut. Wir müssen sofort operieren. Fertig. Und? Gibt's noch irgendwas anderes, was dich perkt? Marwurfsratenkrankheit? Was war's? Pass in Zukunft besser auf dich auf, okay? Okay. Ja, und bleib weg. Sie hat mich vertrieben. Und Preston? Wo ist Preston? Hä? Ich will nur ein bisschen handeln. Okay. Schon gut. Legen wir los! Jemand muss doch was tun! Hör doch mal auf! Das ist doch jetzt gut. Ach, wir hauen hier einfach ab. Aber Preston soll seine Rüstung noch mitnehmen. Wo ist denn Preston? Er ist geflohen! Da! Ich nehme mir gleich die Waffe weg, wenn das so weitergeht. Kann ich das wohl? Das wäre doch was. Hat jemand Preston gesehen? Jetzt können wir endlich wieder rufen. Und zwar Preston! Denkst du etwa, ich habe Angst? Oh yeah! Endlos! 44er Pistole! Unbegrenzte Magazinkapazität! Standardverschluss! Stummellauf! Standardgriffe und Standardvisier als aktuelle Mods! Schaden 48! Und verschießt natürlich 44er Patronen! Feuerrate von 6! Reichweite 83! Präzision 65! Gewicht 4,2! Und ein sagenhafter Wert von 433 Kronenkorken! Die nehmen wir mit! Und den Rest auch! Und wenn diese... Ist da jetzt noch jemand so? Die werden sich noch gegenseitig die Augen ausschießen hier. Wenn das so weitergeht. Hallo Siedler! Du siehst aus, als könntest du einen Drink vertragen. Aha! Nein! Nein, 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 nein! Nein, danke! Ich brauche nichts weiter. Na klar doch! Vielleicht legen wir uns schlafen? Na. Ja, wir müssen unserer Kleidungsverkäuferin unbedingt eine bessere Waffe geben. So viele Kochtöpfe hier. Und wir brauchen hier mehr Betten. Wir nehmen platzsparenderweise erstmal hier diese Schlafsäcke wieder. Ich würde gerne mal einen Tag nicht beschossen werden. Ich schenke euch doch Betten. Was soll ich denn noch machen? Aha, daneben. Lasse es, Mädchen. Du machst mich nur sauer. Lass das doch! Guck mal, was jeder macht. Versteck mich hier hinter dir. Sag mir lieber, wo Preston ist. Ach, Preston wird schon wieder kommen, aber der hat seine Rüstung hier gelassen. Und den Fusionskern auch noch drinnen gelassen. Kann das denn nicht mal aufhören? Sie hört nicht auf. Jetzt müssen wir im Nebel hier uns erstmal einen schönen Platz suchen für ein schönes Thumbnail. Oh, nein. Man sieht hier gar nichts. Man sieht die Hand vor Augen nicht. Nein, die Hand vor den... Ach, irgendwas sieht man nicht. Man sieht gar nichts. Alles neblig hier. Das gibt kein schönes Thumbnail. Nein, nein. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und sage Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.